Moment! Wuhu! Guck mal, meiner viel größer als deiner! Haha! Ja, mega! Das war ganz schön knapp. Hast du das gesehen? Hallo! Willkommen! Hallo, hallo! Recht herzlich willkommen zu... Wie hieß es denn gleich? Oh, verdammt! Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Don't stop together! So, jetzt habe ich es wieder. Nicht alleine, wie ihr schon gehört habt, der Konki ist auch da, aber ihr seid gerade nicht anwesend, glaube ich, oder? Wo bist du denn? Ich muss meine Figur erstmal auswählen und dann geht's los. Ach so, der ist noch nicht mal da. Ich bin der bärdige Starke mit... Wuhu! Yeah! Und gleich los! Ja, hier müssen wir Ressourcen sammeln, sofort loslegen. Und das Problem ist, es wird nachts und dann kommen echt unglaublich böse Bieste raus. Und ich habe einfach Angst, so. Die uns fressen wollen. Ein Bienenstock! Ist das gefährlich? Die Kette. Wahrscheinlich. Ach so, ich muss noch kurz was ändern. Also wir müssen alles dafür tun, zu überleben. Oder will ich alles? Du sollst das Ding da aufsammeln. Ja, ich stehe da auch was rum. Da habe ich eine Musik geschnappt. Guck mal, Bär! Ich habe ein bisschen lauter gemacht. Oh! Ja, 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 ja. Da ist gerade ein Truthahn rausgekommen aus diesem Grasgebüsch. Ey, meine! Mein Stein! Kauf dir selber Steine. Oh, das ist ja ein Truthahn! Ach, Mann! Ah, guck mal, Stocki! Überstock und Stein! Musst du rein? Du hast die Zeit dann im Blick, oder? Ja, hoffe ich. Ich möchte ein Bildschirm, was dunkelter wird. Ich habe jetzt nämlich da meine 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 V-App offen. Und da kann ich jetzt schlecht gucken. So, hier oben. Hier oben seht ihr überlebend, wie lange wir überlebt haben. Und die Uhrzeit. Wir haben Hunger. Wir haben Gesundheit. Und wir haben das Gemüt. Also sprich, unser Geisteszustand. Wenn wir uns zu lange im Dunkeln aufhalten, werden wir irre im Kopf. Irre! Und sehen Dinge, die normalerweise nicht da sind. Hacken, hacken! Das werdet ihr wahrscheinlich noch sehen. Ich denke bestimmt auch, wir haben da voll drauf. Aber das liegt daran, weil wir schon angefangen zu spielen. Haben wir angetestet haben. Ja, wir haben schon mal angetestet, genau. Aber auch nicht lange. Definitiv so aus, dass wir einen Plan haben. Aber gib uns eine halbe Stunde, denn sind wir durch. Höchstwahrscheinlich. Gibt mir Steine. Immer gucken auf Essen und sowas, weil dann sonst sehen wir ganz schlecht aus. Aber dieses Geräusch, dieses Bimmelgeräusch sagt uns, dass wir irgendwas bauen können. Okay. Ich glaube, da muss ich ein Tick lauter machen, glaube ich. So. Ja, das hört ihr auch jetzt mehr, ne? Ja, sinnvoll, Leute. Jetzt hört ihr das Spiel auch ein bisschen. Sehr gut. Hacki, 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 boimi, hacki. Karotte, meine! Ey! Mau dich ab. Ja. Ja, und die Axt geht natürlich auch kaputt hier unten. Der Dunkel, tschüss! Es dämmert, es dämmert nur. Es dämmert nur. Wir haben noch, wir haben noch ein bisschen Luft. Wir können gucken, dass wir auf jeden Fall eine Fackel irgendwie zusammenkriegen. Licht. Ne Fackel kostet uns, oh ja, die können wir bauen. Ich habe nicht mal ne Falle aufgestellt, mal gucken, was die bringt, die Falle. Dipp, dipp, dü, dü, dü. Okay, dann kann ich aber keine Bäume hacken, wenn ich mit der unterwegs bin hier. Das kannst du nicht. Mit der Fackel, Fackel. Hm, hm, hm. So, ich sammle mal eben noch Zweige ein. Und Grafen. Ja, wir müssen tatsächlich wirklich unglaublich aufpassen, dass wir überleben. Sind wir beide tot, war es das mit der Welt. Du bist das. Dann muss eine neue generiert werden. Ja, wir schaffen das schon. So, Sommer. Vogel, komm her! Vogel! Was hat ein Schwein auf dem Köpfe? Oh, geil! Wieso? So kein langes Gesicht. Haha! Schweine! Oh, guck mal! Was ist denn geiles? Einsteigerstein. Einsteigstein. Einsteigstein? Hm. Portal? Ich bin übrigens stumm. Ich spreche nicht. Deswegen sieht man das leider nicht. Wiederbelebungsstein. Nee, doch. Wiederbelebung. Ja, Wiederbelebung. Da können wir uns wiederbeleben. Ahhhh! Spinne! Aber, kann ich eingreifen? Aha! Ja! Hehehehe! Nimm das Fleisch mit! Oh! Noch eine! Komm! Hau'n Tod! Ich komme! Oh! Eingreifen! Das Nest! Hallo! Nest geht kaputt! Oh! Spinnnetze! Überall Spinnnetze! Wenig Spiderman! Mega! Jetzt habe ich Hunger! Untersuchung! Geschmolzen war kleiner Gletscher! Okay! Ha! Und so soll ich mal sagen, ich habe nichts drauf! Was war mit diesem Baum los? Baum? Der hat sich bewegt! Telltaleherr! Gestrige Wiederbelebung! Ich kann nicht wiederbeleben jetzt! Juhu! Juhu! Ich kann nicht wiederleben! Will ich das? Das ist so die Frage! Wahrscheinlich nicht! Oh, was habe ich hier? Gold! Oh, Goldpuppen! Mein Schatz! Ähm, Konki? Ja? Meier! Bitte! Jetzt wird es dunkel! Feuer machen! Feuer machen! Feuer machen! Hier! Hier! Feuer machen! Ich habe Feuer! Ich habe Angst! Okay! Jetzt müssen wir aufpassen! Heuerbomber! 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 Oh, Forschungsmaschine! Ja, wohin denn? Steine! Aha! Forschmaschine bauen wir mal hier hin! Aha! Eine Forschungmaschine! Kannst du wohl schon bauen? Du hast wohl schon Gold! Ja! Ich habe Feuer gewonnen! Mega! Nahrung! Da können wir jetzt Nahrung machen! Ich kann Bretter veredeln! Seine veredeln! Krass! Wow! Den Egel! Magie! Ich weiß noch nichts! Kleidung! Okay! 1,9! Ja, Koki kann schon übelst krasse Dinge zeigen! Juhu! Die Nacht haben wir überstanden! Krass! Ich versuche immer Escape! Ich will hell ich drück Escape! Steine! Ich komme! Eine kräftliche Wiederbelebung! Ah! Ich kann mir so ein Herz bauen! Nice! Oh, da habe ich jetzt den übelsten Hunger bekommen, glaube ich! Ähm, ich esse das mal! Da geht auch unsere Lebensenergie wieder hoch! Oh, was hast denn du da? Warte mal, warte mal! Ich komme auch, komm auch! Halt! Nein! Ja, hier gibt noch mehr Steine! Ja, komm! Hack, hack, hack! Hacky, hacky, stein! Ah, Mann! Er kann nicht um Stein rum! Er kann nicht um Stein rum! Aua! Da ist ne Höhle! Felsenhöhle! Ja, meine Hack-Hack-Dinger wurden kaputt! Höhle! Höhle! Okay, ich habe jetzt auch eine Dings gebaut! Ich habe jetzt auch eine Dings gebaut! Ja, ich muss... Ich habe so... Was denn? Meine Versuche Felshöhle! Ich kann immer noch eins ausrüsten! Ah, mit so einem Stöcker! Da oben! Hack, hacky! Das ist halt Peter! Ist das normal, dass hier so Gold auf dem Weg rumliegt? Hack, hack, hack! Oh! Ich habe keinen Platz mehr! Hocky! 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 Wo ist ein Monster hier bei mir? Ich komm! Ich sehe gar nix! Sonneblende mich gerade! Ach, die können wir einpflanzen? Ich habe hier gepflanzt! Und hier habe ich gepflanzt! Und hier habe ich gepflanzt! Und hier habe ich gepflanzt! Ach, wie cool! Aber habe ich jetzt was auf den Kopf gekriegt? Das sah so aus! Huh! So! Samen, Samen! Mit der Felsenhöhle! Was kann ich mit Samen machen? Samen kannst du pflanzen! Mit rechtsklick! Nee, wenn du drauf hältst, dann rechtsklick! Kannst du die anpflanzen! Ja! Huhu! Wir machen die Welt so schön! Wir haben einen eigenen Wald! Sorry, das ist mal zurück! Oh, ich fühle mich nicht gut! Ich muss was essen! Das habe ich denn hier zum Essen! Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf! Wolfgang ist besser! Wolfgang fühlt sich besser! Deine Untersuchung! So! Die hat Konki schon gebaut! Brauche ich jetzt nicht unbedingt zwingend bauen! Ich muss Stöcker finden! Wir haben auch eine Karte! Was zu fressen! Wir haben hier unten irgendwo! Ja! Die sehe ich jetzt nicht! Ich sehe das Portal! Das Ding ist da oben! Das kann auch nichts bankieren! Das ist bisschen blöd! Ich muss echt einiges merken! Oh! Meine Axt ist kaputt! Ja! Ah! Was jetzt? Okay! Der war ein Wurmloch! Wo bin ich denn jetzt? Oh oh! Komm! Ich sehe doch nicht mehr auf der Karte! Ich bin so ein Wurm noch reingesprungen! Ich bin so ein Wurm noch reingesprungen! Rüge gesprungen! Komm rüber gelaufen! Ich bin da! Aber ganz weit weg! Bist du durch ein Wurmloch gegangen? Rechts! Ganz ganz rechts! So was geht wohl! Ja! Das habe ich gefressen! Dachte ich erst! Aber jetzt bin ich hier draußen! Halt! Ich fresse Spinne! Okay! Ich bin jetzt gewonnen! 3 gegen 1 ist unfair! Tschüss! Äh! Spinne! Ich weiß nicht wo er ist! Das ist eine Insel wo ich bin! Ach das ist ja krass! Scheiße! Aber ich kann mir auch keine Fackel jetzt bauen! Das ist so! Ich glaube ich muss von Wurmloch zurück! Solltest du vielleicht tun! Du bist vielleicht schon zu weit da oben! Ich gehe mal zu unserem Lager zurück! Warte! Ich habe nämlich Angst! Ich weiß aber nicht wo es ist! Da hier! Hier ist unser Lager! Komm her! Ich bin dann schon ein Lagerfeuer bauen! Jo! Guck mal! Klassisch! Ein Monument! Dann können wir das immer wieder aufbauen! Wahrscheinlich! Ich baue uns das mal! Hoho! Guck mal! Guck mal! Schuuu! Ach! Chemie-Maschine! Kackahaufen! Hab ich schon mal Kackahaufen gesehen? Ich habe grüne Pilze gefunden! Wo die habe ich auch schon mal gehabt! Ach! Spring ins Wurmloch! Ja! Da spring ich rein! Gibi! Robustes Brett! Wie bauen wir die Bretter denn? Äh! Mit der Maschine! Ach hier mit der ja! Was könnte sein? Moment! Ah! Hier kann man auch anderes Zeug noch bauen! So! Jetzt muss ich die immer wieder finden! Wissenschaft! Magie! Ähm! Machen wir keinen Schlatter gehen! Das ist ja krass! Das ist die Axt! Ähm! Oh! Ich habe Hunger! Ein großer Vogel überhaupt! Ich habe einen großen Vogel gefunden! Was hat der denn jetzt? Ah! Der Vogel mag mich nicht! Hau ab! Kusch! 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 Wenn ein Vogel kommt, ich war es nicht! Schick ihn weiter! Hä! Da war ein großer Vogel! Was hast du denn alles krasses gebaut? Nur das Wagerfeuer für uns! Ich muss ein Schildchen stellen! Wo steckt ein Schildchen? Da! Steckt ein Schildchen! Jetzt! Ah! Kann man die auch pflanzen? Nee! Essen! Aber ich kann sie nicht pflanzen! Oh! Samen! So! Schild steht! Blütenblätter! Kann man auch nicht pflanzen! Nahrung! Keine Nahrung! Hm! Schaufel! Ein Prototyp! Ich hab ne Schaufel! Kann man hier anstellen! Das ist aber ein kleines Licht hier! Geht das Licht aus? Oh! Ich muss unbedingt im Licht bleiben! Ähm! Ähm! Ich soll hier noch ein Licht bauen! Nur eins! Das sieht mir fast so aus, als ob das gleich ausgeht! Ja! 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 Kann ich nicht zungeln! Kann ich nicht zungeln! Kann ich nicht zungeln! Kann ich nicht zungeln! Moment! Juhu! Guck mal, einer viel größer als deiner! Haha! Ja! Das war ganz schön knapp! Hast du das gesehen? So! Ich hab Hunger! Ich sterb gleich! Aber ich hab mir zumindest auch mal ne Fackel gebaut! Oder hab ich sie nicht gebaut? Ich weiß es nicht! Wir müssen unbedingt irgendwas mit unserem Hunger machen! Ja! Was bin ich, wenn ich tolle Sachen bauen kann? Nix machen kann! Ach hier! Guck mal! Da kannst du dich anheizen! Ah! Wie cool! Wenn du Baumstämmer hast, kannst du dich rausziehen und einfach anheizen damit! Mega! Okay! Weiter geht's! Ich muss erst empfinden! Und versuche das Schild! Was hast du denn da drauf geschrieben? Nichts? Doch! Das konnte ich aber nicht sehen! Ey, der kann ja... Oh, die Schaufelser krass! Kann man nicht gucken! Was machst du dann damit? Da kann ich die... Komplett aus... Die Gräser komplett ausbuddeln! Aber da wachsen die, glaube ich, nicht mehr nach, ne? Ja, egal! Keine Ahnung! Nein! Guck dir! Das geht nicht! Wo sind wir Essen finden? Hier! Ich auch, ey! Fuck is so! Hey, mach! Machen wir's Hügel! Ich buddeln! Machen wir's Hügel! Machen wir's Hügel! Machen wir's Hügel! Machen wir's Hügel! Ausgebuddelt! Was denn der jetzt? Hast du den auch bekommen? Machen wir's Hügel! Nö! Der Loch ist weg! Ich hab' so viel Schrott an Bord! Oh! Tierfährte! Oh! Okay, das kannst du dann aber erst mit einem speziellen Gegenstand, glaube ich, machen! Oh, guck mal hier! Saftiger Bärbusch! Bärenbusch! Bärenbusch! Ich möchte einen im Bärenbusch! Ich möchte einen im Bärenbusch! Hm 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 hm! Ah! Das hier ist das Grasland! Das Grasland oder das krasse Land? Das Grasland! drei stücke super die anderen kann man dann anpflanzen bei uns eine gute idee also da jetzt wo wir sind jetzt wieder haben sie basis oh ja dass ich 1000 bäume hast gesehen wieder gewachsen ist okay weil ich nichts vertragen kann die kümmern pflanzen und die erst mal so die gräser habe ich wieder eingeführt ich habe die gräser mit pflanzen in der schaufel ausgeboten wurde eingebunden ach da kannst du die einpflanzen ja mega ich habe einen grünen pilz gegessen ich hoffe das nicht so giftig doch ich habe drei gegessen davon ist ja schön wackelig hier alles ich sehe geister ist sie eine große mega spinne aber die ist nicht komisch kennst du können wir eine truhe bauen zum ablegen können wir das weiß ich nicht mehr müssen mal gucken ob das können kann ich jetzt nicht sagen ich kann was ist denn jetzt schon wieder los die wollte mich fressen ich habe es genau gesehen ein riesen riesen mob ach so ich habe aber kein kackehaufen wir machen wir denn im kackehaufen dann könnten wir so ein standardbeet machen damit wir uns auf das anpassen können zu essen wissenschaft tolle wissenschaft regenmesser mit ableiter archimedes erforschungsmaschine haben wir schon allergische dingsbums ping-tang so 20 minuten drum hast gehört ja thermometer schreibtisch flitz ableiter ein rasierer ich glaube ich brauchst ein gegengift machen ach zwei von drei blätter oh blätter ok pass auf dann machen wir uns hier mal noch keine ahnung wo ich die jetzt her hatte ich die 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 guck mal wo ist das denn her habe ich gerade gebaut ich packe mal hier gold rein das ist das herz das brauchen wir oh oh ich habe Hunger das sieht nicht gut aus das sieht echt schlecht aus oder ja weil ich mich jetzt geheilt kannst du das fleisch was wir haben nicht braten du hast doch fleisch gefunden aber ich habe nichts gekriegt grab stein nämlich gar von blütenlöder nach dem gehört das eichen da ok ich verstehe kein reinlegen jetzt jetzt kommt hast du den riesen gesehen den riesen das riesige video ok wird dunkel ich sehe nichts mehr kann ich sehen ich habe angst aber ich sehe wirklich nichts mehr ich bin schon geist ja ich auch gleich weil ich nichts ich auch oh nein ich habe nichts gesehen ich habe drei tage überlebt wir müssen auf das licht sofort aufpassen sonst sind wir wirklich hierüber so das war es dann ich mache immer mein bis nächstes mal ja dann machen wir den nächsten bis zur nächsten tschüss tschüss